So, zu Recht. Heute mit Markus mit C aus St. Pauli und Willi mit W aus St. Pauli und Erik mit K aus Altona. Oha, das reibt sich da dran. Erik mit K aus Altona. 500 Zeichen geschwommen. Moin, moin ihr alle. Schön, dass ihr da seid. Wir haben gerade gegessen und trinken ein schönes Bier und wollen uns einstimmen auf die Crunch-Time der Saison. Ja, also angedeutet hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast schon, dass jetzt der spannende Verlauf der Saison kommt. Habemus, Habemus, Hürzi. Ist das sowas wie Griechisch oder was du gerade gesagt hast? Das war da, wo du herkommst, aus der katholischen Kirche. Ach, geh doch dahin, wo die Kirche herkommt, wo der Pfeffer wächst. Also über dem Millern-Tor ist weißer Rauch aufgestiegen. Noch ist es nicht offiziell verkündet. Aber der könnte stinken, der weiße Rauch. Der könnte irgendwo stinken, ein bisschen. Ja, der Pommes-Abluft, die Pommes-Fettscheide-Abluft hat weißen Rauch. Also offiziell ist es ja noch nicht. Es ist eine Annäherung, die danach aussieht, als wenn das tatsächlich, ist das richtig, was ich sage? Ja, ne? Wir tun aber einfach so, der Kicker und das Abendland haben uns vermeldet. Also ist das auch so? Ja, also es gibt eine Vertragsverlängerung mit unserem Hürzi-Baby, die jetzt nur noch vollbracht werden muss. Und sie soll nicht die besagte Ausstiegsklausel beinhalten. Ich glaube schon, sie heißt nur nicht Ausstiegsklausel, sie heißt Ausstiegs-Bärbel. Ach so, also weil wir gendern sozusagen das alles. Wir haben eine Ausstiegs-Bärbel, also wenn Bärbel aus Wolfsburg anruft und sagt, mein lieber Herr Hürzelmeier, Sie müssen jetzt mal ganz kurz hierher kommen, dann kriegt St. Pauli, sagen wir mal, also wir überlegen uns das einfach mal, dann kriegt St. Pauli zwischen 1 und 2 Millionen, das ist festgeschrieben, ist aber keine Ausstiegsklausel, sondern eine Ausstiegs-Bärbel. Also wenn wir jetzt, ihr sagt ja mal so Wolfsburg, ich sage, mach mal hier den, Hoeneß, Hoeneß geht zu Hoeneß. Also Stuttgart-Trainer Sebastian geht zum Onkel nach Bayern und der VfB nimmt sich das Hürzi-Baby als neuen Trainer unter Vertrag, weil er auch 31 ist, genau wie Sebastian Hoeneß. Das heißt dann von uns, wir kriegen eine Ablösesumme. Ja, die aber nicht Ablösesumme heißt, sondern Entschädigung, Ausbildungsbetrag, Ausbildungsbetrag, Bornemann-Bonus, Edeka, wir brauchen immer eine Alliteration, also Bornemann-Bonus oder Baby-Bonus. Nee, nee, Lehrgutzettel bei Bornemann. Das ist wie so ein Lehrgutzettel beim Edeka-Fonds und dann kannst du vorne an der Kasse links, kannst du denn, was möchtest du denn? Nee, ich wollte nur gucken, ob ich online bin, ja, bin online, okay. Also wenn du sprichst, schlägt es aus, ganz, ganz großes Herz von uns allen. Vom Inhalt her schlagen andere aus. Ja, ja, genau, ausschlagen. Also Baby, Bornemann. Das heißt, seid ihr damit zufrieden irgendwie mit der ganzen Thematik? Also es soll jetzt vermeintlich die Ruhephase einkehren, weil dieses leidige Thema das uns bewegt hat und man wusste nicht, ob es die Mannschaft bewegt oder auch beeinflusst negativ in sportlicher Sicht oder wie auch immer, der Verein wollte die Ruhe haben bis März. Das sieht jetzt aus, als ob es diesen Monat noch klappt. Insofern ist das eine Sache, mit der wir gut leben können, oder? Also Markus weiß ich noch, beim letzten gemeinsamen Podcast hat er gesagt, er hat doch noch nichts erreicht, er kann gar nicht weggehen. Er hat noch nichts erreicht. Aber die Theorie ist ja, oder die These ist ja, als Berater müsste man ihm Folgendes sagen, pass mal auf, du kannst jetzt gerne nach Hoffenheim wechseln, dann wirst du ungefähr drei Monate später wieder irgendwo hin wechseln und dann gehst du irgendwann nach Regensburg und dann gehst du irgendwann nach Aurich oder nach Meppen. Wenn du jetzt mit St. Pauli aufsteigst, du hast jetzt ein Setting, du bist jetzt bekannt, alle achten auf dich, wenn du mit St. Pauli aufsteigst, nächster Schritt und wenn du mit St. Pauli, und das ist ja dein Ding, du bist doch St. Paulianer, du liebst doch die Mannschaft, den Verein, uns, uns besonders. Und das ist doch für ihn sozusagen der nächste Schritt. Und deswegen wäre die Beratung immer so gewesen zu sagen, bleib erst da. Ja, übrigens mit der Ausstiegsklausel und ähnlichen Dingen. Am Ende des Tages ist es doch so, wenn Wolfsburg einen neuen Trainer braucht, dann spielt, ob die jetzt Thiago Thomas oder Kaminski oder sieben andere Spieler für 36 Millionen kaufen, die würden auch 6 Millionen oder was weiß ich was investieren in einen guten Trainer. So, deswegen ist die Sache jetzt gut, das ist safe, das ist in Ordnung so und was nicht wieder passieren darf und das ist dann sozusagen das Ergebnis, wäre das Spiel gegen Schalke, wir müssen uns leider daran erinnern, die Zweikampfsituation nochmal sich vor Augen führt, der weiß, was da passiert ist. Und das war eine Lage, die in der jetzigen Phase für einen Aufstiegsaspiranten tödlich ist. Und das ist hoffentlich vom Tisch. Das heißt, du bist jetzt schon beim sportlichen Sidekick gelandet, und wir kommen nochmal auf das letzte Spiel, das Austrittspiel über Schalke zu sprechen, wo es eigentlich an allem gemangelt hat, also lass es vielleicht auch daran gelegen haben, mit der frühen Verletzung von Erik Smit, die dann tatsächlich wohl auch so ausreizt, wenn es langfristiger, also das alte Adduktorenproblem sozusagen, was dann auch zum ersten Mal, also voraussichtlich mehrere Wochen Ausfall führt, dass das einen Schock in der Mannschaft gegeben hat. Und dann war natürlich Schalke tatsächlich genau so unterwegs, wie man sich das von uns hätte wünschen sollen oder auch manchmal auch kennt. Also vor allem einfach mit Einsatzwillen und Kampfkreis. Dann irgendwie wirklich alles zu suchen, Zweikämpfe sich voll reinwerfen. Natürlich dann noch das Glück haben, dass die Tore dann fallen. Und dann, was ich versäumt oder überhaupt komplett vermisst habe, war das Aufbäumen. Also dass es das Gefühl nicht gab. Aber die Frage ist ja, ist das zurückzuführen auf diese Verhandlungsnerverei mit blöden Kommentaren von Spielern? Würde ich jetzt gerne so abhaken. Also es gibt eine Analogie zur Saison vorher, wo wir das auch schon mal alles hatten, als die Prämien... Zwei Saisons vorher. Zwei Jahre vorher, als die Prämienverhandlungen noch offen waren. Und ich würde deine These stützen, weil du siehst es ja an einzelnen Sequenzen. Und bei Zweikämpfen, sich so von Schalke wegradieren zu lassen, das ist schon irgendwie in der Psyche, muss da irgendwas, ein Problem, muss irgendein Problem vorliegen. Und deswegen glaube ich und hoffe ich, dass das jetzt mal vom Tisch ist. Und am Ende des Tages, wenn der Aufstieg da ist, dann wird er auch bei St. Pauli in der kommenden Saison glücklich und erfolgreich sein. Ach, das ist ja noch gar nicht ausgemachte Sache. Was? Was denn? Pass mal auf, ey, pass mal auf. Es gibt ja nur keine Ausstiegsklausel, weil der Vertrag ja erst nach dem Aufstieg... Unterstieben. ...anfängt zu wirken. Und wahrscheinlich unterschreibt ihn gar nicht, oder er fängt gar nicht an zu wirken, wenn wir nicht aufsteigen. Das heißt also, Planungssicherheit für die Zweite Liga haben wir ja schon mal gar nicht. Und wenn es denn eine sogenannte Bärbelklausel gibt, oder wie habe ich das eben gesagt? Bärbelklausel. Ist ja auch egal. Wenn es eine Ausbärbelklausel gibt, dann Ausstiegsbärbel, genau so war das. Wenn es die gibt, dann kann das ja mit dem Szenario, die wir hatten mit Wolfsburg oder jetzt Markus schön grüßt, wenn wir von Markus sprechen, dann spricht er ja eher von Brighton oder von der ersten englischen Liga. Und dann ist das, wenn da ein Trainer gebraucht wird, dann stehen wir Ende Juli da und Bornemann muss schnell einen neuen Trainer suchen. Aber das weiß er eben. Und dafür kriegt er wahrscheinlich... Also alles nur Spekulation, aber mein Tipp wäre, das ist dann abgedeckt durch den Babybonus, den Ausbildungsbonus, den wir dann den Oke und Borno einstreichen dürfen. Und dann muss schnell jemand gesucht werden. Und dann kommt Schulle zurück. Der ist ja dann auch arbeitslos, weil er mit Köln absteigt. Ja, den treffen wir im Fahrstuhl. Oder wir spielen in der Relegation gegen ihn. Aber das wäre ja so... Also wir können ja... Wir sind jetzt zehn Spiele vor Ultimo. Fünf Heimspiele, fünf Auswärtsspiele. Auswärtsspiele habe ich heute mit Markus kurz... Ich habe mir noch Themen mit Markus, Themen geholt. Eigentlich eher politische Themen. So ein bisschen... Naja. Wir haben über vieles gesprochen. Nicht nur über den FC St. Pauli, aber unter anderem haben wir darüber gesprochen, dass wir jetzt noch zehn Spiele haben. Sozusagen Spaltarsch, fünf zu Hause, fünf auswärts. Und wie viele Punkte man hat, wenn man alle fünf zu Hause gewinnt. Das sind nämlich dann, glaube ich, 63. Oder 65 oder so. Und dann ist man durch. Also auswärts müssen wir nicht mehr gewinnen, wenn wir jetzt alles zu Hause gewinnen. Und dann können wir ja mit Hertha anfangen. Ja, das letzte Hertha-Spiel war das Pokalspiel 2016, was zu Hause mit 0-2 verloren ging. Insofern ist das schon mal... Ja, sowas, wo man sagen würde... Aber also meine Befürchtung war tatsächlich nach... Also in der Storytelling war ja zwei Auswärtsspiele bei unangenehmen Gegnern. Und dann meines Erachtens eine Mannschaft, die zum Ende der Saison hin durchzieht, nämlich Hertha. Und was passiert? Hertha spielt irgendwie nur unentschieden zu Hause. Jetzt waren wir in Berlin. Haben wir in Berlin dieses grandiose Spiel gesehen. Also das Storytelling muss doch sein, noch jetzt ein Sieg gegen Hertha. Und dann sozusagen kommt das, was Erik gesagt hat. Dann musst du souverän zu Hause gewinnen. Und dann hast du noch zwei, drei Auswärtsmannschaften, wo man eigentlich auch sagen kann, da müsste noch was drin sein. Also insoweit ist das zu... Nee, ich sage keine Prozent. Ich gebe keine Prozentangabe. Aber das ist schon eine nette Story, die da gerade abläuft. Und das ist dann für ihn, und das ist, glaube ich, mit dem April. Darüber hatten wir damals diskutiert. Der Satz war, irgendwie im April muss er entschieden sein. Weil da weiß er, ob es nach oben geht oder nicht. Und dann muss er sagen, gute Reise. Ich muss meine Karriere planen. Ich packe mal die Koffer. Und dann sage ich nur, jo, Digga, er hat denn mal gute Reise, ne? Oder aber er weiß, Ende April beim Spiel bei Hannover 96, das sollte man schon mal als Aufstiegsspiel im Hinterkopf haben. Am 21.04. Um 13 Uhr. Um 13 Uhr. An einem Sonntag. Keine Karten bitte kaufen. Noch nicht bis Freitag 15 Uhr, weil da erst mal sind wir dran mit Karten. Bis dahin müssen wir uns entschieden haben, in welcher Kombination wir fahren. Wir machen vielleicht einen Podcast auf Aufstiegsauswärtsfahrt nach Hannover. Also ich habe tatsächlich gestern... Habe ich ja schon mal gemacht übrigens. Habt ihr schon mal eine Auswärtsaufstiegsfahrt gemacht? Ja, Nürnberg 2001, am 21. Mai 2001. Und wir kamen auch rechtzeitig zurück mit dem ICE, dass wir noch die Aufstiegsfeier am Willern-Tor mitfeiern konnten. Ja, wohnsartig. 30% unserer Hörer sind unter 50 oder 40% sogar. Die wissen das nicht mehr, wie das war 2001. Erzähl doch nochmal. Du bist nach Nürnberg gefahren. 2001 sind wir tatsächlich, ich war damals gerade in der Ausbildung Referendar, das weiß ich noch kurz vorm Abschluss. Eigentlich keine Knete, aber die ICE-Fahrt haben wir uns gegönnt und die Karten in Nürnberg. Und dann sind wir mit einer super Stimmung schon nach Nürnberg gefahren. Und du gehst relativ schnell vom Bahnhof, gehst du relativ schnell zum Stadion. Und das ist auch so ein bisschen natürlich von der Architektur her auch mal alles ganz spannend. Naja, auf jeden Fall long story short. Das Spiel war, Nürnberg war glaube ich schon aufgestiegen, wenn ich es richtig im Kopf habe, das Spiel war so mittelprächtig. Aber dann das 2 zu 1, Baris war es, ne? Baris, ja. Baris, das war natürlich Euphorie auf der Kurve. Und dann, und jetzt kommt es zurück mit dem ICE und es gibt nichts Geileres als ältere Herren und Damen, die alte Hamburger Schentis singen können und die dann sozusagen den gesamten Speisewagen belegt haben und ich weiß nicht, dreieinhalb Stunden nur gesungen haben. Und es war granatig. Und dann kamen wir noch zum Militantorplatz, haben da noch weiter gefeiert und dann noch auf der Reeperbahn. Corso. Die restlichen Dinge kann ich nicht mehr beschreiben. Ja, das ist doch ein guter Plan dafür, würde ich sagen. Die sind verweht in der Nacht und nur noch sehr lose in deinem Gedächtnis verackert. Da fällt mir tatsächlich zur Auswärtsfahrt, liebe Grüße an Hörer. Ich habe gestern ein paar Hörerinnen getroffen, Hörer, die unsere Podcast-Regelmissionen machen. Es wird immer wieder Zeit für eine Auswärtsfahrt. Gibt es da schon Planung? Und mir fiel ad hoc auch nur diese Auswärtsfahrt Hannover ein, aber natürlich nicht als offizielle Podcast-Auswärtsfahrt. Das wäre dann ja wahrscheinlich eher so eine internationale Geschichte. Also auch da müssen wir immer wieder tätig werden, dass wir da einen Step machen. Da wird schon drauf gewartet und gelungert. Ich mache jetzt hier auch noch mal den Verweis auf die St. Pauli Pop-Playlist, wo wir immer mal ein bisschen Musik draufsetzen. Und da komme ich im Laufe des Abends auch noch zu. The only way is up, baby. Von Jatz. You and me now. Das kommt jetzt auf die Playlist. Das haben wir jetzt einfach mal. Das Aufstiegslied. Das Aufstiegslied. Für Hürzlmeier irgendwie, er gehört zu mir. Wie sein Name an der Tür. Wie sein Name an der Tür. Du kannst den Text besser. Wie wird Hürzlmeier geschrieben? Mit E oder mit Y? Das ist eine interpretationsphilosophische Interpretationssache. Ich schreibe ihn immer, glaube ich, mit A, A, I. Nee, I, I. Hürzlmeier. Da müssen wir Oliver mal fragen. Der kennt mit Nachnamen aus. Wie schreibt man den Hürzlmeier eigentlich? Lieber Grüße an Oliver. Der hat ja schon einen Wurzlach. Also wir gratulieren ja noch mal in die Runde. Olli, Glückwunsch nach Träglich. Sagen Sie, Herr Hürzlmeier, haben Sie eigentlich Haustiere? Und Sie wissen schon, dass Sie am Dienstag mit dem Treppenhaus dran sind. Ja. Nee, nee, da kann ich nicht. Da habe ich Training. Ja, vielleicht können Sie mit Frau Pedersen tauschen. Also Pedersen mit Doppel-D. E im zweiten Stock. Und die ist Montag dran. Dann können Sie vielleicht, am Montag haben wir sozusagen immer trainingsfrei. Übrigens, um noch mal auf das Wesentliche zu kommen. Ich bin ja jetzt überzeugter von der ganzen Geschichte, weil der liebe Herrgott, also wir haben ja darüber philosophiert, was Nick Hornby gesagt hat. Ist es so, dass du dir den Verein aussuchst oder dass der liebe Herrgott dir einen Verein zuweist? Und Erik hat mich ja korrigiert. Obwohl du das mit dem Herrgott hast, hast du da zugesicht. Ja, das war bei Horn bin ich ganz so viel. Aber das war meine Philosophie. Aber Erik hat mich ja richtigerweise reglementiert und korrigiert, weil natürlich musst du den Verein aussuchen. Aber der Herrgott weist dir den Weg wohin. Das können wir so sagen. Nun ist ja Folgendes, dass die Ergebnisse vom letzten Spieltag, also ich weiß nicht, Osnabrück, ja Schadensfreude, das machen wir jetzt nicht an dieser Stelle. Doch, doch, doch. Aber es war eigentlich für die Osnabrücker hat mich das schon ein bisschen gefreut, dass sie... Habt ihr den Elfmeter gesehen? Ja, das war also... Von dem ehemaligen Bayern-Spieler. Ja, bei Gladbach. Gladbach gespielt. Gladbach und dann zu Bayern. Ja, bei Gladbach war der auch richtig gut und hat dann aber gedacht, er kann wie Arp bei Bayern-Karriere machen. Ja, der Step hat nicht funktioniert. Aber vielleicht kommt da jetzt irgendwie weiter ein Schritt der Bundesliga wieder näher. Aber das war ein sensationeller Elfmeter. Also was man dazu zu dem Spieltag noch sagen muss, die ersten acht haben nicht gewonnen, tabellarisch gesehen. Insofern wurde uns da mit unserer Niederlage, zumindest hat da nicht wirklich wer davon profitiert. Also da ist jetzt alles gemächlich gelaufen, würde ich sagen. Das heißt, es hat sich eigentlich an der Konstellation nicht viel geändert. Ja, wie hieß es so schön, alle spielen für den HSV, nur der HSV nicht. Genau, also es hätte natürlich auch jeden anderen Verein treffen können. Ein Kiel-Sieg hätte natürlich auch sehr viel bewirkt. Aber es kommt immer mal anders, als man denkt sozusagen. Das ist ja auch gut so. Das macht die Sache auch spannend. Bei den positiven Nachrichten, bevor ich es vergesse, Jackson Irvine hat heute Geburtstag. Also auch da Happy Birthday. Ja, Happy Birthday. Ein Bier und eine Zigarette auf dein Wohl. Genau. Und dann wollte ich noch gratulieren, Simon Zoller. Der ist Vater geworden? Ja. Unter der Woche. Das sind auch nur so Sachen, die auf meinem Spielzettel stehen. Wir haben sogar noch drüber gesprochen, dass er deswegen nicht nach Schauke, nach Gelsentierchen mitfährt. Genau. Und er hat einen Tag davor seine Frau gesagt, beziehungsweise das Kind hat gesagt, so jetzt ist es soweit, meine lieben Eltern, jetzt komme ich. Und da muss ich noch mal ganz, ganz kurz, liebe Hamburger Morgenpost, wir haben das Jahr 2024. Und da kann man doch durchaus mal erwarten, dass folgender Satz nicht fällt. Simon Zoller ist letzte Woche vor dem Spiel auf Schalke Vater geworden, dann kann er sich ja jetzt auf den FC St. Pauli konzentrieren. Äh, äh, Moment mal. Das ist so wie mit der Schlagzeile, hier ist ein Claudia und Beate, das erste Eis des Jahres, mit dem Foto, was jedes Jahr wieder gepostet wird. Wobei die Frage ist natürlich, wer ist torgefährlicher, der Filius oder Simon Zoller? Aber das wird man noch herausfinden. Also ich erinnere mich an eine Aussage, die ich immer wieder zitiert habe. Ich fand es aber befremdlich, aber jetzt werde ich wahrscheinlich von euch gleich niedergemacht werden, als ehemaliger Frauenpolitiker und Familienpolitiker und Kinderpolitiker. Also Donnerstag ist der Sohn gekommen, da kann man doch am Samstag auf Schalke spielen, oder nicht? Du könntest Mopo-Redakteur sein, würde ich sagen. Das klingt so, als wenn das genau der Plan hätte gesagt können. Ja, also weiß ich auch nicht. Vollkommen zu Recht. Also ich gebe am Ende in die Show-Notes, schreibe ich noch deine E-Mail-Adresse. Markus at St. Pauli pop.social.org Also tatsächlich, hättest du dir das auch redlich verdient? Nee, das hat mir ein Freund erzählt, also der sagte auch, kann das nicht sein, dass er noch spielt. Weil meine These war ja das Tolle, dass 2-2 macht auf Schalke in Gelsenkirchen. Und diese These, auf die ich dann setzte, wurde aber durch diese nicht auf der Bank Sitzerei beendet. Also Hakenhinter war ein Schalspiel, der schreckteste in der Saison. Genau, also jetzt neuer Gegner. Wir haben auch ein bisschen andere Aufstellungen. Wir haben ja die Thematik schon angesprochen, dass Eric Smith eine Adduktorenverletzung hat, die ihn länger ausfallen lässt. Nemeth hat tatsächlich muskuläre Probleme, wird auch nicht zur Verfügung stehen. Das scheint auch so ein bisschen so ein, ich sag mal, ein bisschen unglücklich zu sein. Na, Muskelvirus. Muskelvirus. Und Dapo ist tatsächlich, hat einen Bender, hat Sprunggelenkschaden davongetragen beim letzten Spiel und fällt vorerst auch aus. Das heißt, wir werden mit unserem australischen zweiten Mann sozusagen antreten, mit Metcalf und mit Zart über die Außen. Das ist nicht unbedingt... Fantastische Duo aus Australien. Das Einzige, was dann passieren kann, ist, dass beide gelb kriegen und beide dann da drauf im Spiel gesperrt sind, weil beide haben vier gelbe Kragen bis jetzt. Aber das sind so... Also ich antworte da mal mit Fabian Hürzler, der gesagt hat... Das habe ich doch gehofft, dass das eine Vorlage ist und ihr auch irgendwas nachgelesen habt. Also ich antworte da mal mit Fabian Hürzler, der auf die Frage, wie denn so die Stimmung in der Mannschaft ist und wieso denn auch die Spieler, die bisher keine Chance haben zu spielen, mitziehen. Und dann hat er gesagt, weil das uns ausmacht. Es macht uns aus, dass der ganze Kader sich in den Dienst der Mannschaft stellt und alle wissen, dass die Situation kommen kann, in der wir sie brauchen. Siehe Adam Ziegala. Siehe Adam Ziegala. Obwohl der ist natürlich sozusagen vom Setup, von der Grundprogrammierung her schon ein Traum-Typ. Kein Vertrag für die neue Saison. Der Vertrag läuft aus. Ja, genau. Das ist so der Bernd-Nierig-Effekt. Da kommt irgendwann Evert-Glien und sagt, ey, das ist ein erfahrener... Da kommt dann irgendwann ein anderer Braunschwein und sagt, ey, den gibt es auf Lauf. Super. Es ist so bescheuert, aber egal. Ist das tatsächlich so? Der läuft aus, der Vertrag. Mein lieber Herr Bornemann, selbst wenn du in die erste Bundesliga aufsteigst, wie wurde es damals noch gesagt, die Leute, die das Haus bauen, sollen auch daran wohnen. Wenn wir tatsächlich Bundesliga spielen, dann wird ja wohl der Vertrag von Adam Ziegala kein Problem sein. Und wir haben sogar Schulle mitgenommen in der ersten Liga 2010. Und er hat auch ein Spiel gespielt, wenn ich mich richtig daran erinnere. und er ist eingewechselt worden von Stani, als er gesagt hat, ich möchte dem Gegner wehtun. Ich glaube, es war sogar gegen Schalke, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall hat, wäre, okay, kleiner Diskurs, warum ist dieser Podcast so ein Riesenfan oder sind wir alle so Riesenfans von Adam Ziegala? Weil aus zwei Gründen. Erstens, er kann in der Verteidigung überall von links über die Innenverteidigung bis rechts alles spielen. Er ist ungefähr 9,8 Sekunden, nachdem er auf dem Platz steht, ist er drin im Spiel. Er ist nicht der beste Innenverteidiger, er ist auch nicht der beste Außenverteidiger, er ist nicht der beste Zweikämpfer, er ist auch nicht der beste Spieleröffner, aber er ist er kann stark am Glas. Er ist Das weiß ich so gar nicht, also müssen wir vielleicht mal einladen, vielleicht kriegen wir mal dazu. Er ist gut in allen Disziplinen und er ist einfach ein absolut loyaler, guter Fußballer. Also mehr geht glaube ich nicht als der E-T. Du brauchst in so einer Mannschaft, brauchst du jemanden, den du zur Not bringen kannst, der meckert nie, der stellt sich hinten an, der ist auch mal Nummer 5 oder Nummer 6, ist überhaupt gar kein Problem. Und das sind die Spieler, die wir beim FC St. Pauli wertschätzen müssen. Ja, aber das könntest du auch alles für uns drei sagen, vor allem stark am Glas, aber wir spielen trotzdem nicht bei St. Pauli. Uns gehört der Verein, Alter. Also ich weiß gar nicht, was er will. sind wir nicht der 13. Mann jeweils. Es ist sehr sympathisch, dass man das auch, ist auch in Ordnung, muss man auch Leute mal so tun. Allein die Tatsache, dass er wirklich ohne Vorlauf, der hat ein halbes Jahr nicht gespielt, der kommt rein in einem immens wichtigen Spiel, was auch immer das für ein Spiel, sag mal, und liefert sofort ab, ohne dass du das Gefühl hast, dass er jemals weg war. Also das ist einfach so unglaublich toll, so einen Spieler zu haben, der ist einfach ein tolles Gefühl. Wobei er macht auch nicht Ehrenamt, muss man auch sagen. Und er ist nie verletzt. Er ist nie verletzt. Also ich glaube nicht, dass er einen so hoch datierten Vertrag hat wie die 25 anderen. Ich wollte nur ein bisschen ärgern. Du bist aber auch vom Kapitalismus zerfressen. Ich will jetzt mal euch beide ein bisschen provozieren. Apropos, wenn ich nur kurz sagen darf, es wäre natürlich schön, wenn man jetzt jemanden hätte wie Medic, der bei Ajax Amsterdam nur noch auf der Bank oder auf der Tribüne sitzt. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass es eine Tragik im griechischen Sinne hätte ich fast gesagt. Das wird die Innenverteidiger so ein bisschen dünner werden. Ja, aber ich möchte Medic nicht haben. Er spielt drei, vier gute Spiele und dann sagt er wieder, ich weiß, St. Pauli ist mir nicht gut genug, ich will lieber nach Sevilla oder so. Also, nö, nö, der, der, also schön, dass du da warst, aber mach mal dein Ding da in Holland oder sonst wo. Also ich wäre dann tatsächlich auch eher bei der Variante, dass man da nach unten guckt und sagt, in der U23 gibt es ja stimmt. Die performt dieses Jahr übrigens ausgesprochen gut, ich glaube, die sind Sechster oder Siebter, also gar nicht mehr so, wie man es sonst kommt. Für jetzt, nicht für die Bundesliga. Nee, für jetzt und für die Bundesliga natürlich dann gesetzt sozusagen. Das heißt, die spielen jetzt durch, bis zum, also zehn Spiele durch, der neue Innenverteidiger aus der U19 oder aus der U23 und sind dann natürlich in der Bundesliga beim FC St. Pauli gesetzt. Selbstverständlich, aber ihr beide habt noch Bundesliga gespielt. Seid ihr aufgestiegen mit Wattenscheid 09 1923 von der zweiten in die erste Liga. Habt ein Jahr erste Liga gespielt. Gut dotiert. Davon zählen wir heute noch, weil ihr bezahlt ja die Essen auch immer, die wir hier verspeisen. Wir hatten noch zwei Jahre Eishockey, Eishockey, erste Liga gespielt. In den U, in Nebraska. Ja, ja, in Nebraska. Aber auf jeden Fall, was ich mich fragen wollte, was, spielt, oder welche Rolle spielt in der Crunch Time der Gedanke, wenn ich aufsteige, werde ich schlagartig von der Nummer 1 in der Innenverteidigung die Nummer 3? Nö. Nö. Den Gedanken denkt keiner, Motto? Nö. Also du bist als Spieler, du versuchst einmal 100% abzurufen und wirklich alles zu geben. Wo ist das Phrasenschwein? Ja, es ist natürlich immer klassischerweise so. Ich würde noch ein Bier nehmen, bitte. Ja, gerne noch ein Bier. Nö, nö. Also es ist natürlich so, dass, also nochmal, nochmal ein kurzer Rückblick auf das, was ich gerade gesagt habe. Ich habe heute gerade so eine lustige Überschrift gelesen, dass der BVB für die U23 zwei Hamburger verpflichtet hat und zwar tatsächlich zwei 20-Jährige, einen vom HSV und einen vom FC St. Pauli. Einmal war das Herr Felix Jessen, glaube ich, vom Mittelfeldspieler, Niklas Jessen von uns aus der U23, Stammspieler im Mittelfeld verpflichtet für die U23, die Platz 5 in der dritten Liga haben und dann noch vom HSV auch ein Innenverteidiger, der bei Walter auch im Kader gespielt hat. Das steht da? Ja, das steht da. Liebe ZuhörerInnen, ich sehe ein Strickmuster oder gekrickelt, aber ich könnte das nicht lesen. Das ist auch Jessen, das ist auch eine Geheimschrift sozusagen. Da ist noch eine Geheimschrift, aber da wandern auf jeden Fall wieder Hamburger Talente ab zum BVB und irgendwie weiß ich auch nicht. Also ich finde es immer, es ist natürlich, der Markt funktioniert ja auch nur so, das verstehe ich auch, aber ich finde es trotzdem schade, dass der Durchlass irgendwie historisch funktioniert. Aber ich muss, ich muss auf Eriks Frage nochmal, also aus meiner, muss mal kurz zu erwähnen, langjährigen St. Pauli-Erfahrung, 1975 in der F-Jugend angefangen, da gab es mehrfach so diese Ausscheidungseinheiten, wo du dann für die Erste auserwählt wurdest oder auch nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, in der D-Jugend, E-Jugend, dann hat man so geschaut und oh ja, der kommt mal mit zum Probetraining. Ich habe da auch mal das bestanden, weiß nicht noch wie heute und dann kam ich in die höhere Mannschaft, in die Leistungsmannschaft und da war man dann so, man durfte mal in einer Halbzeit spielen. Das ist echt so, dass ich dann für mich gesagt habe, ich spiele immer mit guten Leuten, mit guten Leuten, mit guten Leuten, wo man Spaß hat und wo du weißt, dass du auch zum Einsatz kommst. Wo du spielst und dann irgendwie... Und genau so war das beim Esschen in den Städten damals. Da haben sie auch die Besseren in die erste Mannschaft geholt. Das waren alles so Karrieristen. Wann habe ich aufgehört? B-Jugend. Also A-Jugend habe ich nicht mehr gespielt. Also B-Jugend aufgehört. Und da war das so, dass am Anfang der Saison haben sie uns alle guten weg und dann haben wir gesagt, ja, dann spielen wir Spaß. Spaß zum Beispiel. Und dann kam die ohne Perspektive aus der ersten, kam zu uns, waren coole Leute. Ja, dann waren wir nach drei Monaten waren wir quasi die Erste. Wir haben nämlich alles gewonnen und die Erste, die alle dachten, ey, ja geil, an der A-Jugend und dann bin ich fast schon Champions League. Ja, das war... Du musst das auch nicht. Arschlecken. Wir hatten richtig Bock. Wir hatten richtig Bock. Schöne Grüße in dem Zusammenhang an Willem Feind, meinen damaligen Trainer. Und Willem Feind sagte immer am Anfang des Trainings, so Jungs, was wollen wir machen? Wollen wir ein bisschen laufen oder wollt ihr spielen? Wo wollen wir spielen? Okay. Und Willem ging schon mal ins Klubheim, hat ein Bierchen und ein Körnchen getrunken und wir haben ein bisschen für uns gekickt und das Ergebnis war aber, wir hatten Arsch Spaß teilweise sehr erfolgreich. Aber das sind alles Anekdoten. Mein Trainer war der Vater von Holger Ponik, dem früheren Radio-Hamburg-Moderator. Jetzt ist er, glaube ich, beim NDR. Ich glaube, die sind nachmittags oder... Früher hat er morgens gemacht, aber Holger Ponik und ich können uns eben da her... Und er war natürlich auch der begnadete Fußballspieler. Ich habe ja Außenverteidiger gespielt. Ich war quasi... Früher nannte man das Ausputzer. Ich habe die Blutgrätsche auf Grant, habe ich spezialisiert. Ich habe auch heute noch... Aber das... Das halbe Körner in den Knien. Das halbe Quellental im Oberschenkel, im rechten. Aber die... Damals nochmal, um auf Willem Fein zurückzukommen, das war auch eine echte Trainer-Ausbildung. Das waren so die taktischen Motivationsansprachen waren. Hinten raus, vorne rein, Flachspielen hoch gewinnen. Und der beste Satz war immer in der Halbzeit, nachdem wir 6-0 geführt haben. Und der schätzt mir die nicht. Das Spiel ist noch 90 Minuten. Es dauert 90 Minuten, genau. Das sind so alle Sachen. Das hat sich natürlich nicht geändert, außer dass die Spiele jetzt immer 100 Minuten dauern, aber egal. Das Prinzip ist das gleiche. Damals gab es aber schon nicht Zeitstrafen. Und die sollen ja eingeführt werden. Nee, die blaue Karte. Die blaue Karte ist von Elefantino oder wie der heißt. Infantino abgelehnt worden. Das war eine Schlafsidee, als es beim Griechen war. Da haben sie beim 13. U so gesagt, da wollen wir nicht mal eine blaue Karte einführen, eine Zeitstrafe. Das war so geil. Damals konnte man sich mal zwei Minuten ausruhen. Blaue Karte. Achso, ich war gestern im Kino, habe Dune gesehen. Da ging es auch um so blaues Zeug. Spice. Spice war tatsächlich ein... Ich habe tatsächlich die letzten beiden Abenden im Kino verbracht, fällt mir gerade so ein, und würde hier noch ein Kinotipp loswerden. Und zwar habe ich Dune gesehen. Drei Stunden ist wirklich ein Epos. Ist sehr düster, aber extrem unterhaltsam und spannend. Ich würde mal die Überschrift Popcorn machen. Und der andere Film, ich die gesehen habe, war The Zone of Interest mit Sandra Hüller, großartige Schauspielerin, über den Auschwitz-Uberbefehlshaber sozusagen von einem Konzertationslager, der direkt in der Mauer gewohnt hat. Und das ist so beklemmend und düster gewesen. Aber also natürlich kein Popcorn-Kino, wie jetzt Dune zum Beispiel, weil da bleibt alles im Hals stecken. Aber wenn ihr ins Kino gehen wollt, diese beiden Filme sind wirklich großartige Tipps. Tut euch das an. Laufen im Studio. Laufen im Studio. Oder am Abathon. Ich habe es im Studio gesehen, beziehungsweise Abathon. und ist auf jeden Fall mehr als sehenswert. Also beide. Kleiner Vergleich. Ich habe den ersten Teil von Dune mit meinen Töchtern gesehen. Kleiner Vergleich mit David Lynch. Hält er den Vergleich stand? Außer natürlich das. Nee. Es ist ein bisschen komplexer. Also er hält ihn auf jeden Fall stand. Hey. Und es ist halt wirklich. Föder. Hey. Es ist einfach eine andere Zeit jetzt. Also das, was jetzt möglich ist, technisch umsitzbar ist, ist wirklich unglaublich. Also ich habe während der drei Stunden nicht auf die Uo geguckt und es war wirklich so ein Spektakel, so berauschende Bilder, die einfach so, also gerade vor der technischen Umsetzung, ist schon Wahnsinn. Also es ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit so einem David Lynch Film aus den 90ern, war das da glaube ich, oder waren das die Nullerjahre? Nein. Die 80er sogar? 80er Jahre. 80er. Da war ich mit meinem Kumpel Marc Schmiedl von der Schülerzeitung vom Gymnasium Othmarschen in der Hotelsuite von David Lynch. Und er hat eine Rezession. Und Marc hat den interviewt. Ich war im Vorraum, ich durfte nicht mit rein. Okay. Aber das war trotzdem stilprägend für mich. Habt ihr die Bücher gelesen, die Bücher dazu? Nee, nee, nicht. Aber das ist so ähnlich wie bei den alten Herr-der-Ringe-Verfilmungen. Man ahnt ja schon bei diesen ganzen Erzählungen, das Haus Adrides und blablabla, dass da eine ganze Welt hinter steckt, die man jetzt leider in diesem Film nicht erzählen kann. Ja, aber man muss die Story dafür auch nicht kennen. Also die Filme sind schon auch alleinstehend sehbar und spannend. Aber sollte auch nur so ein kleiner Sidekick sein, weil wir auch so ein bisschen Popkultur hier machen und gerne auch mal Theater, Kino, Konzerte vorschlagen. Deswegen soll das natürlich auch weiterhin so bleiben. Würde mich ja mal interessieren, wenn wir Fabian Hürzler fragen, wie heißt der Mäuseschatten im dritten Mond, ob er dann antworten kann Moadip, 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 Moadip. Das ist eine gute Frage. Also wenn er den Film schon gesehen hat, dann ist das einfachste Lösung sozusagen. Weiß man nicht. Moadip, genau. Also wir haben Fabian Hürzler verhaftet, ohne dass es offiziell ist, aber es wird wahrscheinlich noch vor dem Spiel gegen Hertha offiziell werden. Also gehen wir mal davon aus. Dann haben wir ja aber noch eine Personalie, die gerne nach Gladbach will, wenn man den Gazetten glaubt. Und da wurde ich ja tatsächlich schlecht gelaunt. Nee, da wurde ich nicht schlecht gelaunt. Da wurde es zusammengefallen. Ja, von den normalen Leuten halt, die nicht verstehen, dass mich zwei Sachen umtreiben. Das eine ist natürlich der FC St. Pauli, den ich sehr liebe und wo ich mir natürlich erhoffe, dass da, wie wir das schon ein paar Mal gemacht haben in den letzten fünf Jahren unseres Podcastes, gesagt haben, lass es bitte langweilig sein. Lass uns jetzt alles gewinnen und wir steigen auf und es ist einfach nicht aufregend. Und dann gibt es natürlich den anderen Part in mir, der auch so ein bisschen beruflich geprägt ist natürlich, durch meine Pop-TV-Vergangenheit, wo man dann natürlich sagt, da springt natürlich dieser ganze popkulturelle Boulevard in mir rum, der sagt, da steht der Mann vor dem Mikro und wird gefragt, ob er das denn sich als Kölner vorstellen könnte, mal in Gladbach zu spielen oder ob das ein No-Go wäre, weil er ja Kölner ist. Da müssen doch für einen gestandenen Bundesliga-Profi mindestens fünf rote Lampen angehen. In dem Moment, wo die Frage kommt, muss Patrick Gensing mit einem Baseball-Schläger mit einem Baseball-Schläger von der Seite in der Runde jetzt nicht einfach so antworten, bitte. Dieses Interview ist in diesem Moment zu Ende, Herr Sky. Ja, genau, das hätte wahrscheinlich passieren sollen, aber es ist natürlich nicht passiert und so. Ich habe aber einen schönen Kommentar bekommen, den ich heute nochmal würdigen will, im Sinne von, ich habe sozusagen einen kleinen Shitstorm gekriegt oder was. Es hat heute jemand geschrieben, ja, aber das ist doch eigentlich ein schönes Zeichen, dass Marcel Hartl nicht so ein abgewichster Profi ist und auf so eine Finte reinfällt und ich habe kurz drüber nachgedacht und dachte, ach ja, doch, ich möchte das jetzt auch glauben. Also er ist im positiven Sinne so ein guter, total lieb, ein, zwei, dreifältiger Mensch, der sagt, ich bin hier ja zwar in diesem Zirkus schon so lange, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mich mit so einer dummerhaftigen Frage auf die, aufs Glatteis führen und das. Er muss ja nicht abgewichst sein, aber er muss doch zumindest also erkennen, was für, was, was dort gewünscht ist und was die Story ist, die gerade gedreht wird und da muss man natürlich auch im Übrigen gar nicht auf die Frage Gladbach-Köln auf sowas eingesehen, sondern es geht da um St. Pauli, St. Paulianer. Übrigens, bei allem Respekt, aber wenn ich mir die letzten drei Spiele von Hartl anschaue, es geht hier für den Verein um ziemlich viel, würde ich auch sagen, die Konzentration auf die tolle Leistung, die er hatte und die Stabilisierung dieser super tollen Leistung wäre jetzt wichtiger als irgendwie philosophische Abwandlung über Derbys zwischen Köln und Gladbach. Naja, es ist einfach so, das Sport fängt mich an zu ärgern. Naja, ich würde das jetzt aber nicht überanspringen, für mich ist das einfach nur eine kleine Felle, eine kleine Delle in der Form sozusagen und die sei jedem zugestanden. Also das, ich würde es jetzt nicht aufhängen an der Thematik, weil es wurde null Druck ausgeübt bis jetzt auf ihn. Es war, der Druck mit Vertrag, das war ausschließlich bei Herrn Hützler und deswegen ist da noch nichts passiert. Das heißt, es ist einfach so, dass er hat auf so extrem hohem Niveau performt. Aber vielleicht hat ihm das gestört. Mach sein. Wo bleibt denn hier der Druck, Freunde? Wo bleibt das Bier? Keiner will mich halten, ihr wollt, dass ich gehe. Das ist auch eine Frage. Ja, das ist natürlich. Da stimmt mich ja, Willi, mit der Delle ist ja alles richtig so. Die Frage ist, wie gehst du mit Dellen auch um, dass aus Dellen keine tiefen Abgründe werden. Keine Zitterdelle. Zitterdelle. Da musst du dich selber rausziehen oder du musst halt sagen, du machst das mit so einer Floskel wie Erik gerade, dass du zumindest humorvoll damit umgehst. Aber es ist natürlich so, du hast einen Kader von 95, 96, 28 Leuten. Dann muss halt mal Druck ausgeübt werden von der Bank oder wie auch immer, dass man sagt, okay, ist nicht schlimm. Nimm dir deine Auszeit, vielleicht bist du überspielt. Einfach mal zur Halbzeit raus oder beim Spiel nicht in der Startelf und dann mal anderen die Chance geben. Ist jetzt natürlich schwierig, weil du sowieso die vermeintliche Startelf, die jetzt die jetzt am Start gehen soll, die seht eh schon, also die stellt sich von alleine auf. Insofern ist das eine andere Geschichte. Aber es sei jedem gegönnt, dass er auf dem Niveau, was er war und er war der formstärkste Zweitligaspieler oder ist er nach Statistik immer noch. Und er darf da auch mal eine Auszeit sich nehmen. Ja, aber dann würde ich jetzt mir wünschen, dass er nicht nur der formstärkste Spieler ist, sondern auch der charakterstärkste und jetzt kommt zum Vorschein, was für das innere Gefüge einer Mannschaft wichtig ist und auch für die Perspektive. Nämlich jetzt kommt die Charakterfrage. Ja, das ist ganz entscheidend. Eigentlich müssten die heute Abend hier sitzen, die 25 und Hartl steht auf und erklärt den Leuten mal ganz kurz, worum es jetzt geht in den nächsten 4, 5, 6 Wochen. Das finde ich ganz gut, dass er ist doch auch Co-Teamleiter sozusagen, also Co-Mannschaftsführer, also nach Jackson und war auch schon, hat das schon oft aufs Spielfeld gebracht und war tatsächlich auch, wie ich finde, hat das auch gut gemacht als Leader. Natürlich hast du recht, wenn du jetzt sagst, in der vermeintlichen Krisensituation, die wir das erste Mal haben und das ist jetzt anscheinend so, sind Leader gefragt und deswegen finde ich gut, dass das Geburtstagskind am Start ist, Jackson Irvine, dass ein Hartl auf dem Platz ist, dass ein Hauke Wahl jetzt die Innenverteidigung sozusagen anführt, Eric Smith ersetzt und deswegen denke ich halt einfach, denke ich halt einfach, dass es wichtig sein wird, dass diese vermeintliche Achse, die jetzt so ein bisschen weggebrochen ist, dass er da einfach mehr Verantwortung übernimmt und Führer wird und Charakterstärke zeigt. Aber es gibt zwei Spieler, die ich dann mit einbinden würde in diese Frage von Führung und Leading sozusagen, wer ist da derjenige, der so ein bisschen die das ins Lied geht. Das sind zwei, wie ich finde, Superspieler, nämlich Troy, den ich echt mittlerweile genial finde. Einige, einigen habe ich zugeschickt, dass der Kollege Rote mittlerweile einen Wert von 5, 6 Millionen hat auf dem Transfermarkt und ein Troy, glaube ich, von 8,900.000 ist natürlich ein Witz. Troy ist super und Chemline, zwar nur geliehen, aber mit dieser Spielintelligenz, das sind zwei, die schon auch mit Blick auf die kommende Saison jetzt mit in die Führung gehen müssen. Nein, ja, sportlich bin ich da sofort bei dir, sportlich ja, aber du brauchst jetzt einen Leader oder du brauchst jetzt Leader, die vorweg gehen und das kannst du nur mit Leuten machen, die ja die Erfahrung haben. Natürlich sind das einfach Leute, die einfach auch Spiele entscheiden können, haben sie oft genug gemacht und auch ein Chemline, der jetzt von der Bank kommt oder wie jetzt am letzten Wochenende, wo er halt irgendwie ausgewechselt wurde. Das sind alles so Sachen, es gibt mal Tage, da läuft es gut und es gibt auch mal Tage, da läuft auch nichts zusammen, dann kommt das noch mit anderen Formen, Dellen dazu, dass es halt mal eine Klatsche gibt, dann ist es halt so. Wichtig ist die Charakterfrage dann aufzustehen und zu sagen, okay, jetzt, noch ist nichts verloren, noch ist auch nichts gewonnen und jetzt gilt es halt wirklich aufzustehen und zu sagen, ja, jetzt gehen wir voran. Klar, wenn du mal oben stehst, natürlich hast du eine Formende, die Frage ist, wie stabil bist du und charakterlich auch gefestigt, dass du genau diese, jetzt spielerisch über solche Spieler wie Troy und Kämlein, die anderen lassen wir jetzt mal, nehmen wir jetzt mal nicht bei Namen, aber die gehören alle mit dazu und natürlich charakterlich mit Irvine und mit Hartl, wie du das jetzt überbrückst, dann kannst du mal verlieren, ein, zwei Spiele, das darf nur nicht sich verdichten oder sozusagen in die Köpfe reinkommen, dass du dann diese Krisendebatte wieder hast in zwei, drei Wochen und wie gesagt, noch lief ja alles gut für St. Pauli, die ganze Kiel war der Gewinner des letzten Spieltages mit einem Punkt, aber es kann auch anders ausgehen. Ja, das ist einfach so. Müschen ist eng, um einen ganz miesen Satz hier vom Ja, aber ich würde jetzt auch das gar nicht so hochhängen, also ich könnte auch mit einer Niederlage leben, auch vielleicht mit einer Lieder gegen Berlin. Ich will nur einfach, dass die, dass der FC St. Pauli, den wir in der Hinderunde gesehen haben, diese fußballerische Qualität, diese Chancen und diese Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde und auch wirklich zelebriert wurde, die will ich wieder auf dem Platz sehen und das soll im besten Fall Hand in Hand gehen mit einer Körperlichkeit, mit einem Willen und mit einem wirklich, ja, Siegeswillen sozusagen. Also, dass da, wenn es da nicht sein soll, dann kann das auch mal sein, dass man da tatsächlich dann vielleicht auch unglücklich verliert, wie wir es auch schon hatten, obwohl man die bessere Mannschaft war. Ich will nur tatsächlich nicht die Leistung, die du auch schon angeprangert hast, dass man praktisch den Kopf und die Schultern hängen lässt und keine Zweikämpfe wahrnimmt und nichts, also sich wirklich dem so ergibt. Das kann nicht sein. Also dazu ist es in der Phase eine zu entscheidende Phase der Saison. Ich hätte da übrigens noch einen Führungsspieler beizusteuern, der gar nicht vorgesehen ist als Führungsspieler und das ist Elias Hart. Das ist auch der Einzige, der gegen Schalke irgendwie vergessen hat, zu kapitulieren. Naja, wäre schön, wenn er jetzt am Wochenende würde auf jeden Fall spielen. Man muss das spielen, ob er will oder nicht und es ist natürlich schön, naja, also es ist, also ich glaube, das will ich mal. Also du kannst, du kannst also von der Form und also vom Fußballerischen sind das ohne Frage alles sensationelle Spieler, die wir bei uns im Verein haben, auch über die ganze zwei Liga geschaut. Aber da bin ich genauso wie bei der Anführung von Markus gerade bei den Spielern so, tolle Spieler, wenn du denen aber jetzt diese Verantwortung noch auf die Schultern legst, dass sie Verantwortung für das Team übernehmen wollen, ist das glaube ich zu viel. Also die versuchen sich, glaube ich, gerade selber mit der Situation abzufinden, wie sie da reingerutscht sind mit einem Saab, mit einem Treu, dass sie halt wirklich aus unteren Ligen kamen und wirklich zum Nationalspieler wurden oder beziehungsweise zur Säule einer Tabellenführer-Zweitligamannschaft in der zweiten Bundesliga. Da ist so viel in dem Kopf und so viel, was da passiert. Wenn du denen jetzt noch den Schirm umhängst und sagst, jetzt musst du mal gucken, dass du die Mannschaft führst, das ist über das Ziel hinaus. Aber Willi, ich habe das bei den beiden, bei Troy und Kemmlein, spielerisch gesehen sozusagen, dass sie auf dem Platz, weil Kemmlein einfach eine tolle Gabe hat und Troy wirklich, finde ich, sie super entwickelt hat. Das war schon klug, dass sie ihn ausgeliehen haben. Da bin ich ja bei dir, das ist jetzt nicht so, die sollen ja nicht jetzt auf den Schultern vorweg marschieren, sondern sie müssen sich im geschlossenen Kreis in die Augen schauen und sagen, ey Leute, wir sind alle mit dabei und natürlich hast du dann Führungspersönlichkeiten. By the way, was ist eigentlich mit dem neuen Spieler, der in der Winterpause gekommen ist, zu sagen, Pauli? Jetzt bin ich mal, gucke ich in eure Augen und ich sehe... Erik. Erik der Schwede. Ja, der Schwede. Was mit dem alten Schweden? Erik A-Punkt. Der hatte tatsächlich körperlich verletzt. Etwas Rückstand, war verletzt und dann war, glaube ich, auch technisch das Problem, dass die Saison in Schweden ja die Kalendersaison war, also es ist beendet und dass er in so ein, ja wahrscheinlich in so eine fußballerische kleine Talfahrt gekommen ist, weil halt irgendwie kein Training war und weil du dann erstmal natürlich auf so eine auf so eine Liga wie die zweite Fußballliga in Deutschland, also die zweite Bundesliga, musst du dich erstmal körperlich auch wieder vorbereiten. Und ich glaube, da haben sie alle ein sensibles Augen geführt. Aber ist der geliehen oder gekauft? Der ist gekauft, soviel ich weiß. Der geliehen wäre jetzt überraschend, weil wenn die Saison in Schweden vorbei ist, er es nochmal braucht, bis er sich akklimatisiert hat und dann wieder geht. Aber da merkt man ja, dass bei Verpflichtungen ja auch gerne mal Plattitüden gebracht werden. Ich glaube, auf die Frage, ob Erik Ergänzungs- oder Perspektivspieler ist, hat Hürzler oder Bornemann gesagt, wir kaufen niemanden, der uns nicht sofort verstärkt. Das war ja offenkundig Quatsch. Der Körper von Erik ist mental in Aspen, weil er normalerweise jetzt Langlauf macht oder Norwegen oder was weiß ich und ist nicht in der zweiten Bundesliga. Und wenn schon Simon Zoller ein Dreivierteljahr braucht, um das komplexe Spiel des FC St. Pauli zu lernen, dann lassen wir doch auch bitte Erik ein halbes Jahr Zeit dafür, bis er dann ausgeliehen wird nach Umbertal. Der schwedische Co-Coach, den er auf dem Platz hatte mit Erik Smead, tatsächlich ja seinen Job zu Eingliederungen nicht vollführen kann, weil er selber verletzt ist. Insofern ist das natürlich doppelt schade und ärgerlich, wie auch immer. Es gibt natürlich diese Thematiken, dass diese Fitness nicht da ist. Wir haben, wenn ich die Bank sehe, ist es trotzdem so, dass wir genug gute Spieler haben, die auch performen können. Auch ein Maurides ist da, auch ein Albers ist da. Das sind so, die können kommen. Zigala hat man gesehen, den haben wir schon angesprochen, thematisiert. Die kannst du alle ins Wasser schmeißen und die können tatsächlich Leistung bringen, die auf jeden Fall Zweitligatauglich und vielleicht auch fürs oberen Drittel Zweitligatauglich ist. Ob das Bundesligatauglich ist, das wird der Saisonabschluss-Podcast ergeben von uns, den wir dann vielleicht machen. Ja, wir machen ja hoffentlich noch ein paar andere zwischendurch. Ja, natürlich. Aber jetzt, Hertha, du hattest gesagt vorhin, und das teile ich, dass Hertha jetzt durchzieht. Das war meine Sorge. Ich habe echt noch gedacht, Hertha wird bis zum Saisonende und in den ersten Dreien stehen. Aber ich war natürlich auch überrascht am Wochenende, haben wir 2-2 gespielt, glaube ich. Also, wo ich auch mich frage, wie kann das passieren? Weil Hertha war schon oder ist schon eine Mannschaft, die eigentlich... Gegen den Tabellenzweiten. Ja, gegen Kiel und dann halt auch wirklich ein Elfmeter nach. Aber Kiel wurde ja vorher klargemacht, wo sie stehen, beim Heimspiel gegen St. Pauli. Kiel war... Übrigens ein geiles Spiel, ne? War und ich weiß nicht, ob sie sogar sind, Platz 1 der Auswärtstabelle, der gesamten Saison. Die haben nicht gegen irgendwen gespielt. Ich weiß nicht, aber... Also, das... Da sind sie mit... Klar haben die gedacht, die gewinnen. Die waren wahrscheinlich auch besser. Ich weiß nicht, habt ihr das Spiel nicht gesehen, aber... Kiel ist immer für ein 2-2 gut, ne? Die darfst du nie abschenken. Haben wir ja gemerkt, schenken wir nicht ab hier. Ja, weil wir... Also, unser Thema war ja auch zwischendurch in den Podcasts immer, dass Kiele Mannschaft traditionell immer unter den Top 5 oder Top 3 der 2. Liga in den letzten Jahren zumindest war und deswegen immer Gefahr ist für mögliche Aufstiegsaspiranten. Weil die da so schöne Luft haben. Weil die da so schöne Luft haben. Stöber als Sportchef. Und Uwe Stöber als Sportchef, genau, das stimmt. Und weil man da auch keine Ablenkung hat, da hat man keine Reeperbahn, da hat man keinen Knus, da hat man keine tollen Clubs, da hat man eigentlich nur die Förde und das Training. Und Schafe. Und Schafe. Ja, das stimmt. Schafe. Aber sag mal, kurze Bewertung, Trainerwechsel beim HSV, oder habt ihr das schon gehabt? Nein, ne? Trainerwechsel beim HSV. Äh, äh, du warst noch die ganze Zeit hier. Bau me, baby. Ich meine, die letzten Wochen, ne, der ist ja jetzt, wie lange ist er jetzt Trainer? Zwei Wochen, ne? Zwei Spiele. Zwei Spiele, ja. Zwei Spiele Trainer. Ja, keine Entwicklung. Ich weiß gar nicht, ob das, hatten wir das in der, ach nee, Blutgerätsche wollten wir machen, hat ja nicht geklappt. Äh, grüße an Oli, wir holen das auf jeden Fall zeitnah nach und werden das auch aufarbeiten, aber wir können natürlich Machen wir jetzt eine kleine Blutgerätsche Einsprinkelung hier. Ja, drei Minuten. Wer macht den HSV? Ich, ne? HSV. Ja, was sagst du denn? Ist das jetzt, du warst ja der Meinung, Erik, dass du gesagt hast, mit dieser Mannschaft, äh, sobald Walter weg ist, ähm, jeder Trainer steigt damit auf mit dem Kader. Bist du noch der Meinung? Ich hab nicht gewusst, wie kaputt die sind. Mann, müssen die kaputt sein? Da kommt, die sind jetzt drei Jahre durch den Fleischwolf oder bei 1200 Umdrehungen durch die Waschmaschine geflöht worden und jetzt kommt einer und sagt, okay, wir spielen jetzt Karo einfach. Innenverteidigung, innen verteidigt, Außenverteidiger und rechter Läufer laufen auf der rechten Seite, links läuft links. Wir machen jetzt hier, das so wie früher. Also du hast da einen Raum und eben spielst du und dann, wenn du auf der rechten oder linken Seite spielst und wir haben den Ball, dann rennst du nach vorne. Also das Einzige, was mir am meisten Angst macht, ist, dass der, dass der, dass der HSV unter Walter tatsächlich immer einen Fußball kreiert hat mit extrem viel Torchancen, ähm, auch auf, auf Glatzel bezogen und auf Stürmer bezogen sehr viel rausgespielt haben und was mir jetzt Angst gemacht hat, war tatsächlich bei den letzten beiden Spielen, dass genau das nicht mehr war. Also dass jetzt die Torchancen wirklich rar gesät waren und du gedacht hast, okay, wie will so eine Mannschaft mit so einem Kader, mit so einem Anspruch, äh, aufsteigen, ohne Tore schießen zu müssen. Also, ja, aber das ist doch logisch. Du spielst gegen Osnabrück, deinen Angstgegner. 50.000 im eigenen Stadion. Ich hätte fast gesagt, du führst. Ich hätte fast gesagt, wir, aber wir alle. Der HSV, HSV, der HSV, nein, das hört Markus so gerne. Wenn ich ihm sage, dass ich öfter HSV sage im Podcast, dann hört er sich den vielleicht sogar an. Also Markus liebt das ja, wenn ich sage, HSV, also wenn der HSV, äh, jetzt, äh, von fünf Spielen vier gegen Osnabrück verloren hat, dann kann man ja schon sorgen, das sind Angstgegner. Aber wenn man dich, ja, mit CH, pass mal auf, aber, äh, mal einzur, das schuldig ist auch, ich weiß ja nicht, ob ihr beide, wenn man jetzt kurz HSV-Fan ist, dann kann man auch so regieren. Aber du musst aber, du musst ja mal mal vorhin nicht sehen. Landjagd. Wer das Spiel gesehen hat in der ersten Halbzeit und vor allen Dingen die ersten 15 Minuten, 20 Minuten, äh, da muss man sagen, und jetzt komme ich nämlich auf eine besondere Persönlichkeit, die ich gleich nochmal in den Raum zurückhole, dass Osnabrück, und wir wissen ja, St. Pauli hatte ein, äh, unglückliches 1 zu 1 kurz vor der, vom Schneesturm in Osnabrück erzielt, wo sie führten und eigentlich, das Ding hätten nach Hause schaukeln müssen, Überraschungs 1 zu 1. Aber die ersten 20, 25, 30 Minuten hat Osnabrück echt gut gespielt. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, die haben nämlich einen richtig guten Trainer. Einen Trainer, der, glaube ich, der Mannschaft hat, darfst du Markus nicht sagen. Wieso? Dem anderen Markus. Weil er war, er war, glaube ich, mal Trainer auch bei Fortuna Köln. Kostin hat. Er war bei Köln oder bei Paderborn war Trainer, aber ich muss sagen, der hat echt aus der Mannschaft, die haben, die waren natürlich sozusagen 40, 60, im Vergleich zum HSV, aber die haben aus ihren Möglichkeiten das Maximale gut rausgeholt. Und deswegen habe ich ja schon überlegt, wer wäre denn der Nachfolger von Hürzelmeier? Man weiß es nicht, aber das, um mich mit Markus ganz anzulegen. Jetzt wird Markus aber aggressiv. Ich glaube, er läuft gerade am auf. Nee, da müssen wir nicht auf Markus warten. Er hört den Podcast nicht, aber bevor Koschina Trainer beim FC St. Pauli wird. Kommt André Thulesen oder Franz Gerber. Dann trete ich aus. Was hat er denn gegen die Person? Der hat, genau wie in Magdeburg der Trainer, auch eine tolle Mannschaft spielerisch. Also Magdeburg, wo St. Pauli aufgetreten ist, am, weiß ich nicht, dritten, siebten, vierten Spieltag. Tietz. Tietz, der hat hier mit Magdeburg brilliert. Gegen Tietz habe ich nichts, obwohl ich den auch nicht bei uns sehen will. Ich glaube ja, aber da ist ja auch Bornemann vor. Bornemann ist ja auch bei uns gesetzt. Da gibt es ja sozusagen eine Schweißnaht zwischen Uke und Borne Bohnenkamp vorne an der Kasse links. Da kommt kein neuer Aquavit dazwischen oder kein neuer Wermut. Er ist einfach gesetzt und der neue Trainer wird kein gestandener Trainer sein, schon gar kein gestandener Zweitligatrainer, sondern der kommt, der ist auch wieder jung und kommt, bekommt eine Chance. So. Der nächste hört sie. Nee, nee, nee. Der nächste Stulle. Nee, nee, nee. Also wir hatten die Thematik ja neulich auch schon, wo ich dann irgendwie diesen Einwurf gemacht habe, als ich eingeworfen habe, dass der U19-Trainer von Mainz vielleicht ein Thema wird für uns, weil die so erfolgreich Man City aus der Champions Youth League geworfen haben. Ja, da wird so viel, also die werden genug Möglichkeiten schon durchgespielt haben und im Kopf haben, durch diese Phasen, die sie jetzt durchmachen, durch diese mögliche Trainersuche, die kommt und die immer noch im Hintergrund steht. Zumorgen der FC St. Pauli und da bin, wenn wir jetzt mal wieder zurückspringen auf den FC St. Pauli, nicht mehr den Haus Verhau, sondern den FC St. Pauli besprechen, dann mache ich mir ja jetzt, wo alles geklärt ist und Marcel Hartl nur noch an den lieben Gott glauben muss und an den Aufstieg, können wir ja tatsächlich zurück zu dem, was wir immer schon sagen. Der FC St. Pauli hat Prinzipien gelernt, wie er gewinnt und wie er spielen will und wenn sie sich daran zurückerinnern gegen Hertha BSC und gegen den KSC und gegen Osnabrück und wer da noch so kommen mag ans Müller-Tor, dann ist mir eigentlich nicht bange, dann freue ich mich sogar darauf. Wie du schon sagst, die Jungs so spielen zu sehen, wie sie sich das mal vorgenommen haben und ihre Prinzipien auf dem Platz umzusetzen. das Einzige, was mir echt weh tut, ist, dass Dapo verletzt ist, weil das ist ja auch so ein schönes, so ein schönes Meme-Ding, dass wenn er ein Tor geschossen hat, haben wir nicht verloren und das geht ja jetzt nicht mehr, wenn er verletzt ist. Ja, da muss das jemand anders machen. Es ist natürlich so, jetzt ist die Tür offen für, vielleicht für Conor Metcalf, der einfach wieder einen Sonntagsschuss hinlegen muss für die Top Ten der schönsten Tore des Jahres, wie auch immer. Das war übrigens einer der, für mich persönlich, einer der Gradmesser dafür, dass der Elf zu St. Pauli sein, das Fenster der Wunderhaftigkeit verlassen hat, also diesen, den Olymp verlassen hat, dass seit Monaten kein Tor des Monats mehr vom FC St. Pauli kam. Wir haben uns ja so dran gewöhnt, dass jeden Monat kam einer von uns. Einen schöner als der andere gewesen. Einen schöner als der andere und jetzt seit Monaten keins mehr. Also wir wünschen uns Tor des Monats März. Conor Metcalf sollst schießen und sollst... Conor Metcalf oder Albers. Oder Albers. Oder Maurides. Ganz, ganz neue Spieler. Warum auch nicht? Oder Adam Fidala. Der 1-4-Anschusstreffer gegen Hertha BSC Berlin. Oder Hauke Wahl. Hauke, du könntest auch mal ein Tor schießen finden. Du hast doch für Kiel auch ein paar Tore geschossen. Verdient haben sie es alle. Was ich noch erwähnen wollte, wir haben ein neues Präsidiumsmitglied tatsächlich, wenn ich es richtig gehört habe. Eine Juristin namens, habe ich mir das notiert. Gottlieb. Hinten wir das mit Gott? Das könnte durchaus sein. Weil das war die... Luise Gottberg. Gottberg. Gottberg hilft göttlich. Auf dem Zettel, den außer mir keiner lesen kann. Gottberg hilft göttlich. Das ist die Speisekarte, die du da vor dir hast. Ja, fast. Fast, fast. Das steht direkt unter Guido Burgstaller Sperre. Oh, bitte. Oh, 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 oh. Ja, gleich machen wir Guido Burgstaller fertig. Komm, Erik baut noch ein bisschen auf die Spannung. Oh, 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 oh. Ja, das hat mir letzte Woche schon, aber wir werden ihn jetzt nochmal richtig fertig machen. So, dass er nicht mehr aufsteht, die Drecksau. Rapid Wien, oder was war das? Nee. Tatsächlich erwarte ich mir von Frau Gottberg eine ganze Menge, weil sie ist Juristin. Und das letzte Mal, dass ich beim FC St. Pauli so etwas wie juristische Renitenz wahrgenommen habe, war mit Gernot Stenger. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Gernot Stenger war Vizepräsidentin. Ja. Und hat bei uns, bei der DFL, aufgeräumt, beim DFB, ist er immer an die Grenzen gegangen, hat der DFL gesagt, okay, Freunde, wenn ihr nicht macht, was ich will, dann gehe ich vor ein ordentliches Gericht und zerlege euren ganzen Scheiß-Vereinsrechts-Kack-Wurst und das ziehe ich durch, weil ich bin Gernot und ich kann das. Und ich möchte, dass Frau Gottberg genau das macht, und zwar in Bezug auf Bürgerrechte, Fanrechte, Polizeigewalt, Übergriffe von der DFL uns gegenüber. Ich weiß gar nicht, ob ich das Ganze jetzt sehr überfrachte. Nee, aber ich habe noch ein schönes Ausrufezeichen für dich.